Franke Kitchen Systems ist eine der führenden Hersteller für farbige Spülen. Bereits vor 20 Jahren haben wir die sich verändernden Kundenwünsche vorausgesehen und 1998 mit der Produktion von Spülen aus Fragranit begonnen. 2018 haben wir alle Produktionsstätten in einem großen Werk zusammengelegt, wo wir heute unsere Fragranitspülen nach den modernsten Standards produzieren. Regelmäßig überprüfen wir die Qualität der verwendeten Harze. Eine wichtige Zutat für die perfekte farbige Spüle. Fragranit besteht aus Quarz, eines der härtesten Materialien, die es überhaupt gibt. Hightech-Roboter und ein einmaliger Workflow vom Formteil bis zur Verpackung machen den Herstellungsprozess äußerst effizient. Das automatische Dosiersystem ermöglicht die perfekte Kontrolle über die Mischverhältnisse. Ein vollautomatisches Beförderungssystem liefert das Rohmaterial zeitgerecht. Des Weiteren be- und entlädt es das Material selbstständig. Um die größtmöglichen Qualitätsstandards zu sichern, setzen wir ausschließlich erfahrene Mitarbeiter ein. Ihre geschulten Blicke kontrollieren alle wichtigen Details. So stellen wir sicher, dass nur absolut perfekte Spülen unsere Fabrik verlassen. Von Shanghai über Mailand bis Los Angeles sind unsere Fragranitspülen äußerst beliebt und bieten Hobby- und Profiköchen wundervolle Erlebnisse in ihrer Küche. Das antibakterielle Material ist schmutzabweisend, kratzfest sowie hitzeresistent bis 280 Grad. Filigrane Formen und abgerundete Kanten garantieren einen attraktiven, eleganten Arbeitsplatz. Das Material fühlt sich warm an und macht jede Zubereitung der Speisen zu einem echten Erlebnis. Unser Sortiment fügt sich in jeden Einrichtungsstil perfekt ein. Wir bieten eine Vielzahl von modernen Farben wie Onyx sowie die exklusiven Supermetallic-Farben wie beispielsweise Copper Gold. Vollendet durch einzigartige Design-Elemente und ihre innovative Ästhetik sind unsere farbigen Spülen absolut außergewöhnlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017